Musik Toulouse-Attentäter Mohamed M gibt nicht auf. Identität inzwischen geklärt, Festnahme dementiert. Toulouse. Die Identität des Attentäters von Toulouse, der in den vergangenen Tagen bei mehreren Anschlägen sieben Menschen erschoss, ist nun offenbar geklärt. Über einstimmenden Medienberichten zufolge handelt es sich bei dem Täter um einen 24-jährigen Algerier namens Mohamed Mera, der den französischen Pass besitzt. Damit lösen sich die voreiligen Schlüsse bundesdeutscher Medien über einen rechtsextrem oder rassistischen Hintergrund in heiße Luft auf. Während einmal mehr deutlich wird, welche Gefahren von eingebürgerten Islamisten ausgehen. So bekennt sich Mohamed Mera nicht nur zu der Terrororganisation Al-Qaida, sondern wurde bereits wegen Bombenlegens im afghanischen Kandahar zu drei Jahren Haft verurteilt, wie der örtliche Gefängnisdirektor der Nachrichtenagentur Reuters mitteilte. 2008 sei er dann bei einem Massenausbruch der Taliban aus der Haftanstalt entkommen. Neuesten Meldungen des Fernsehsenders BFM zufolge sei er von Elite-Truppen überwältigt worden. Diese Meldung wurde jedoch vom Innenministerium dementiert. Demnach hält sich der schwer bewaffnete Serienmörder in seiner Wohnung in Toulouse verschanzt. Als sich Polizisten der Wohnung näherten, soll er sofort durch die Tür geschossen haben. Mindestens zwei Beamte wurden getroffen und verletzt. Die Einsatzkräfte stehen bereits stundenlang in Kontakt mit dem Algerier, die Umgebung ist weiträumig abgeriegelt. Wie der Sender BFM berichtet, sind die französischen Ermittler dem Mann unter anderem über das Internet auf die Spur gekommen. Dort soll er sein erstes Opfer, einen Fallschirmjäger in Zivil, über eine Anzeige zum Verkauf eines Motorrades ausgesucht haben. Außerdem führte der vom Täter verwendete Motorroller auf seine Spur. Ein Yamaha-Händler in der Region habe von einem Mann berichtet, der vor wenigen Tagen fragte, wie er die Diebstahlsicherung eines solchen Motorrollers abschalten könne. Über das Motiv heißt es bislang, er habe palästinensische Kinder rächen wollen. Außerdem soll Mohamed Mera sich als islamischer Dschihadist bezeichnen. Die zunächst insgeheim gehegten Hoffnung linker Zeitgenossen, im gerade laufenden französischen Präsidentschaftswahlkampf die Morde als Munition gegen die rechte Präsidentschaftskandidatin Marie Le Pen zu nutzen, dürfte sich derweil nicht mehr erfüllen. Etwa einen Monat vor der Wahl steht die Frontnationalchefin Le Pen mit soliden zweistelligen Umfragewerten im Präsidentschaftswahlkampf bereits an dritter Stelle und könnte damit Chancen auf einen Einzug in die Stichwahlen haben. Anders als hierzulande wird der Präsident in Frankreich vom Volk gewählt.